Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 45 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 950 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017